In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall die Drop-Details für den nächsten Pixar-NFT-Drop an. Außerdem haben wir den nächsten Voltron-Drop vor der Tür stehen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den Omi-Preis an. Was ist hier gerade los und warum ist der Omi-Token nochmal gefallen? Diese Fragen und sehr viel mehr erklären wie heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, denn so verpasst du definitiv keine News. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Und starten tun wir an dieser Stelle mit einer ganz kurzen Sache, die ich gestern schon angesprochen habe. Und es hat mich sehr gefreut, dass es wirklich schon Leute gab, die darauf auch schon reagiert haben. Und hier auch mit uns bzw. mit mir gemeinsam was bewegen können. Denn es geht an dem Fall um das Erdbeben in der Ukraine bzw. in Syrien. Ich werde da heute auch nicht nochmal genauso intensiv darauf eingehen. Aber es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir hier auf jeden Fall gemeinsam ein bisschen was bewegen können und diesen Menschen dort helfen können. Links zu Spenden Seiten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, gehen wir dann jetzt aber auch direkt rein ins richtige Video. Und starten tun wir wie gesagt an dieser Stelle mit dem Pixar NFT Drop. Und zwar nämlich hier mit dem nächsten und zwar nämlich Cars Concept Art Series Hashtag 1. Und hier sehen wir das Ganze heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Das sind einmal die Sachen, die wir jetzt heute sehen werden. Das Ganze wird im Blindbox Format stattfinden. Und das ist das erste Bild, was wir sehen werden. Das Ganze wird einen Listenpreis von 30 Gems pro Blindbox haben, was meiner Meinung nach relativ akzeptabel ist. Als allererstes haben wir dann hier eine Editionzahl für dieses Collectible für 1455 Stück. Das Ganze wird natürlich eine First Edition sein. Und ist an dieser Stelle vielleicht für Pixar-Fans auf jeden Fall eine Sache, die recht interessant ist. Ansonsten haben wir als nächstes Collectible dann eine Uncommon. Das Ganze wird nur 955 Editions haben und natürlich auch eine First Edition sein. Anschließend haben wir noch auf jeden Fall ein weiteres Bild. Das wird dann wiederum nur 555 Editions haben und eine Altraire sein. Außerdem haben wir als nächstes dann noch eine zweite Altraire. Und das Ganze wird auch nur 555 Editions haben. Und als letztes haben wir dann auf jeden Fall hier natürlich noch eine Secretare. Und die wird insgesamt nur 355 Editions haben. Also hier eine sehr geringe Stückauflage für diese Poster. Aber ich denke mal, das ist auch relativ gerechtfertigt, da wir einfach momentan sehr wenig Pixar-Fans wirklich in der App haben. Ich gehe auch davon aus, dass der Drop nicht ausverkauft sein wird. Aufgrund der doch der verhältnismäßig doch relativ hohen Stückauflage. Ob es sich über Droppreis halten wird, glaube ich persönlich eher nicht. Selbst bei der Altraire muss ich sagen, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz eilig, ob das tatsächlich klappen könnte. Ich bin auf jeden Fall aber sehr gespannt. Nimmst du den ganzen Drop mit? Schreibe es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, ab zum nächsten Thema. Und der nächste Drop für Sonntag steht auch schon fest. Und zwar sehen wir nämlich hier den nächsten Voltron Drop. Und zwar sehen wir nämlich hier an dieser Stelle diesen Transporter, beziehungsweise diese Kombination aus den Voltrons. Finde ich an dieser Stelle recht cool, dass der aufkommt. Habe ich tatsächlich auch erwartet. Aber jedenfalls sehen wir den am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich gehe mal aus, dass der Droppreis wahrscheinlich um die 50 Gems sein wird. Und du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder nicht. Ich persönlich werde den ganzen Drop aber skippen, da es für mich einfach kein Collectible ist, was ich unbedingt haben möchte. Und je nachdem wie auch hier an dieser Stelle der Listenpreis ist, könnte es tatsächlich auch unter Droppreis landen. Und dann kommen wir mal, würde ich sagen, auf das Thema Omi-Token zu sprechen. Und ja, ich muss selber sagen, ich bin etwas schockiert, dass es in diese Richtung gegangen ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Momentan haben wir ein Minus von 8,6%. Wenn man sich aber insgesamt mal hier auch den gesamten Kryptomarkt anschaut, dann sieht man hier insgesamt sind wir 4,6% heute, beziehungsweise in den letzten 24 Stunden runter. Selbst auch der Bitcoin ist nochmal weiter runtergefallen. Und ja, so sieht das momentan auf jeden Fall aus. Wir sind hier auf jeden Fall nochmal ordentlich runtergekommen vom Kurs. Wenn man sich das Ganze jetzt hier charttechnisch einfach mal anschaut, dann sah das echt zeitweise sehr, sehr gut aus und hat ja auch tatsächlich im letzten Video hier auch super reagiert, was eigentlich ein sehr positives Zeichen ist. Dann wurden wir hier aber abgeblockt und sind jetzt weiter abverkauft worden. Jetzt sind wir tatsächlich hier nochmal auf der Triangel am Reagieren. Und das könnte tatsächlich der entscheidende Punkt sein, der hier dafür sorgen könnte, dass wir doch weiter höhere Kurse sehen könnten. Denn ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich hier an dieser Stelle die Disbelief Rallye ist. Und für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was ich hier eigentlich rede, es gibt an dieser Stelle ein Blatt, beziehungsweise einen Zyklus, wie man so sagt, der Psychologie im Markt. Und hier sieht ihr auch schon ganz stark, ich hoffe man sieht es überhaupt, denn die Grafik ist leider nicht so gut, aber hier sieht man auf jeden Fall Disbelief und das ist auf jeden Fall, ja sag ich jetzt mal so, die letzte Rallye, bevor es dann eigentlich nach oben geht. Und wenn man sich das mal anschaut hier, dieser Satz trifft meiner Meinung nach ziemlich gut auf diese Situation zu. Denn hier wird nämlich geschrieben, This rally will fail like the others. Und ja, ich habe das Gefühl, das ist genau so das, was ich persönlich jedenfalls gerade empfinde. Du kannst mir sehr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie es dir gerade mit dieser Situation geht. Aber für mich trifft diese Situation gerade genau mit dieser Aussage hier aufeinander. Und dementsprechend, ich bin relativ überzeugt, dass es die Disbelief Rallye sein könnte. Es ist aber hier natürlich nur ein Könnte. Es kann auch sein, dass ich mich an dieser Stelle täusche. Aber ich bin auf jeden Fall relativ überzeugt davon, ich kaufe trotzdem weiterhin nach DCA-mäßig. Ob du das natürlich machst, ist natürlich rein deine Entscheidung und auch rein deine Verantwortung. Das musst du dir ganz klar bewusst sein. Ich zeige dir nur auf, was ich persönlich in den Markt hier rein interpretiere, beziehungsweise was ich hier auf jeden Fall sehe an Potenzial und mehr auch nicht. Halten wir also fest, was gibt es jetzt für Szenarien? Wir haben erstmal Szenario 1, das bullische Szenario. Wir kommen hier wieder gestärkt nach oben, haben hier nochmal aus diesem Bereich Liquidität geholt und gehen jetzt weiter hoch, rejecten hier nochmal, testen im besten Fall hier nochmal an und ziehen dann weiter nach oben. Das wäre in dem Fall das bullische Szenario, das bärische Szenario wäre an dieser Stelle, dass wir hier weiter abverkaufen, hier auf dieser Zone reagieren, dann hier oben nochmal an den Triangel reagieren und damit dann weiter abverkaufen. Das wäre an dieser Stelle das bärische Szenario, beziehungsweise das sind beide Szenarien, die ich persönlich für ziemlich wahrscheinlich halte, da es einfach nur eine 50-50 Chance gibt und ich glaube nicht, dass der Markt hier weiter in einer Seitwärtsphase sein wird, sondern sich entweder in eine oder andere Richtung entscheiden wird. Um Disneys Metaverse werden außerdem auch die Spekulationen größer, dass es hier das Ganze auch wiederum mit Ready Player One beziehungsweise auch mit VR-Integration zusammenhängt, beziehungsweise hier auf jeden Fall Kompatibilität ist. Ein Video dazu hat Paul Barone gemacht, persönlich fand ich das auf jeden Fall sehr gut, hat das Ganze sehr schön aufgeschlüsselt. Ja, das Ganze wird natürlich jetzt an dieser Stelle auch sehr wahrscheinlich mit Kombinationen irgendwie von Vivi sein, beziehungsweise dadurch, dass es Ready Player Me ist und Vivi auch mit Ready Player Me zusammenarbeiten wird, ist da auf jeden Fall auch eine Connection da und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass Disney hier kein Metaverse launchen wird und dann selber irgendwelche NFTs rausbringen wird, sondern dass wir, wenn überhaupt, die NFTs von Vivi mit in das Metaverse holen können und das wäre dann dann wahrscheinlich auch diese Interoperabilität, die sich auch viele wünschen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, was sich manche Leute wünschen, aber es wäre auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein erster Schritt, den Disney hier gehen könnte, weil es natürlich auch einfach ihr eigenes Metaverse an dieser Stelle ist und da einfach wahrscheinlich dann ihre Kontrolle auch ist und ihr Kontrollbereich, beziehungsweise sie dann einfach auch entscheiden können, was passiert damit. Also das sind auf jeden Fall hier sehr, sehr interessante Sachen, die momentan passieren im Thema Metaverse und auch Disney. Ich packe euch auf jeden Fall das Video unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall sehr gerne anschauen, ist wirklich sehr interessant und informativ, was das ganze Thema angeht. Und ansonsten war es das heute an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt dir das Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittagant, einen schönen Start ins Wochenende und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.